Musik Kein Tag vergeht derzeit ohne eine Meldung zur Gesundheitspolitik. Viele mögen es nicht mehr hören. Und trotzdem geht es uns alle an. Gesundheit ist ein hohes Gut, aber jede und jeder kann plötzlich krank werden. Dann wird medizinische Versorgung gebraucht. Dafür zahlt in Deutschland bisher jede und jeder nach der Höhe des Einkommens Monat für Monat Beiträge und die Arbeitgeber tun im Prinzip das Gleiche dazu. Das ist charakteristisch für eine solidarische Versicherung. Das soll nun anders werden. Die schwarz-gelbe Regierung will die Finanzierung auf einkommensunabhängige Pauschalen umstellen. Eine solche Kopfpauschale ist alles andere als sozial. Wenn beispielsweise eine Sekretärin bisher 90 Euro Beitrag bezahlen muss und ihr Abteilungsleiter 300 Euro, künftig beide gleichmäßig rund 140 Euro, dann kann der Abteilungsleiter 160 Euro in die eigene Tasche stecken und die Sekretärin muss die zusätzlichen 50 Euro als Sozialausgleich beantragen. Die weniger Verdienenden werden zu Bittstellern beim Staat gemacht und die besser Verdienenden profitieren auf jeden Fall. Das alles ist zutiefst unsozial. Noch weiß keiner, wovon bei dem hochverschuldeten Bundeshaushalt ein Sozialausgleich von vielen Milliarden Euro bezahlt werden soll. Aber selbst wenn der Sozialausgleich zustande käme, würde damit das Gesundheitssystem künftig in die Fänge des Finanzministers geraten. Jahr für Jahr kann der Ausgleich infrage gestellt werden, denn er konkurriert mit anderen vermeintlich wichtigeren Sachen. All diese Ideen sind untauglich, das Gesundheitssystem für die Zukunft fit zu machen. Das bisherige solidarische Sicherungssystem ist nicht am Ende. Es muss nur weiterentwickelt werden. Die Linke im Bundestag schlägt vor, die künftigen Herausforderungen auf breitere Schultern zu verteilen, also alle einzubeziehen, die Trennung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung endlich zu beenden. Und wir schlagen vor, die Beitragsbasis zu verbreitern, also Kapital, Miet- und Pachterträge einzubeziehen. Das brächte genügend Geld zusammen, um alle medizinischen Leistungen gerade auch für immer mehr Ältere in unserer Gesellschaft zu bezahlen. Damit könnte gleichzeitig die Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem verbessert werden. Hier sind und hier entstehen die Arbeitsplätze mit Zukunft. Sie müssen attraktiver werden als Chance für die Jüngeren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017